Heute geht es nicht mehr um Sklaven, aber es geht um Maschinen und es geht um die Farbe Rot. Auf der Suche nach roten Gegenständen und Maschinen in meinem Haushalt wurde ich fündig und zwar im Bad. Ich habe was Rotes gefunden. Das. Das ist ein sogenannter Zungenschaber. Ich kann ihn kaum richtig erkennen. Ich setze mal meine Brille auf, die nicht rot ist, aber vielleicht meine roten Augen besser zur Geltung bringt. Da kann man auch so durchgucken. So, ja, da ist es. Man nimmt dieses Ding zur Hand und morgens und abends nach dem Zähneputzen streckt man die Zunge ganz weit raus und schadet die Zunge ab. Und ihr glaubt nicht, was da für ein Siff runterkommt. Das ist jetzt kein Scheiß. Das ist, naja, schon, ne? Nee, es ist Zeug, was auf der Zunge bappt. Und danach nicht mehr. Ich habe schon lange keine Halsschmerzmein gehabt. Echt, ich schwöre.